Die Geissen sind schon eine Spezialität, die gefallen mir schon noch. Sie sind manchmal ein bisschen eigene. Ist das normal? Aber es geht immer. Manchmal auch etwas ganz Unvorhergesehenes. Hey, komm, komm. Mir gefällt natürlich einfach, dass ich auch viel draussen bin. Als Schreiner bin ich meist in den Buden. Und hier bin ich auch draussen beim Wind und Wetter. Das schöne Wetter ist ganz schön und in der Wüste bist du auch draussen. Und vor allem auch der Umgang mit den Tieren. Das gefällt mir auch schon. Und ich habe zwischendurch im Jahr nicht so. Die jungen Hasen sind auch immer super. Und die kleinen Hunden, die wir natürlich noch haben. Dann habe ich auch besonders Freude. Jetzt bist du sommerlang hier oben. Drei Monate sicher. Würdest du nicht lieber in die Ferien gehen? Irgendwo an den Strand? Ja, das reizt mich gar nicht so. Hier wurde auch noch ein paar D quite. Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Hau, hallo, hallo! Ha, hallo, hallo! Hier ist einmal ein Geruch. Das war's für heute.